Herr Hunko, in der Nacht zum Freitag hat es ein US-Bombardement von Militäreinrichtungen der syrischen Armee gegeben. Die Bundesregierung hält das Ganze für richtig und plausibel. Wie ist Ihre Meinung dazu? Ja, völlig anders. Also es ist aus meiner Sicht eine nicht zu rechtfertigende, völkerrechtswidrige Aktion. Es ist ein aggressiver Akt der US-Regierung und ich erwarte hier eigentlich auch von der internationalen Gemeinschaft und auch eben von der deutschen Bundesregierung eine klare Distanzierung und Verurteilung. Bezug ist ja ein schrecklicher Giftgasvorfall vor einigen Tagen in Syrien. Es ist völlig unklar bis dato, wer dafür verantwortlich ist, wie das zustande kam. Das muss natürlich rückhaltlos aufgeklärt werden und dann muss sozusagen im Rahmen des Völkerrechts sich bewegt werden, was sozusagen die Schlussfolgerungen daraus angeht. Aber was dann einfach auf Verdacht hier eine wohl auch wichtige Militärbasis der syrischen Armee zu bombardieren, ist völlig inakzeptabel und ich verstehe auch überhaupt gar nicht, wie Angela Merkel oder auch Sigmar Gabriel da sich so klar auf diese Seite stellen, auf die Seite der USA da stellen können. Der französische Außenminister Airo hat gesagt heute Morgen, dass Frankreich nicht bereit ist, einen Kriegspfad gegen Assad sich an einem solchen Kriegspfad zu beteiligen, wenn die USA das vorhaben. Ich glaube, das ist eine wichtige Äußerung. Und ich finde auch, dass die Bundesregierung diese Parteinahme im Syrienkrieg, das ist ja nicht irgendwie ein Krieg der Weltgemeinschaft gegen den IS, sondern hier kämpfen ja ganz unterschiedliche geopolitische Akteure gegeneinander, dass diese Beteiligung Deutschlands beendet werden sollte, also dass die Soldaten aus Ingelik und die Tornados abgezogen werden sollten. Das wäre eigentlich auch eine Schlussfolgerung, weil dieser Krieg kann weiter eskalieren und Deutschland ist dann mittendrin auf einer Seite und ich halte das für falsch. Ich halte es für richtig, ausschließlich auf eine politische und friedliche Lösung auf diplomatischen Wege zu setzen. Ein westlicher Angriff ohne handfeste Beweise. Wie sehr erinnert Syrien da eigentlich an die Anfänge des Irakkriegs? Ja, sehr, sehr. Ich habe das auch vorhin schon mal in einem anderen Interview gesagt. Das erinnert uns natürlich 2003 an die Massenvernichtungswaffen im Irak, die der Kriegsgrund waren, der USA. Und diese Massenvernichtungswaffen haben sich ja später als Propagandalüge erwiesen. Also das erinnert natürlich schon so sehr daran. Ich weiß jetzt nicht, ob sozusagen ein ähnlicher sogenannter Regime-Change gegenwärtig geplant ist oder ob das jetzt nur eine einmalige symbolische Aktion, eine Demonstration der Macht ist. Auch eine Demonstration, wir brauchen uns hier überhaupt nicht an internationale Regeln zu halten. Aber vom Vorgehen erinnert das schon sehr an 2003. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.